Es gibt ein Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das hat eine Liste der größten Steueroasen, der größten Schattenfinanzplätze der Welt erstellt. Auf welchem Platz liegt Panama? Auf eins, glaube ich. Ach so, die Schweiz, dann kommt Hongkong, dann die USA, Platz drei. Deswegen gibt es wenige US-Bürger, die in den Panama Papers auftauchen, weil die ihre Steueroasen im eigenen Land haben. Delaware zum Beispiel. Sagt man ja auch, Delaware is my money. Panama ist auf Platz acht, nee, auf Platz acht ist Deutschland. Ach, sieh mal an, hinter Libanon und vor Bahrain. Und Panama liegt auf Platz 13, fünf Plätze hinter Deutschland. Unglaublich, oder? Da draußen liegt die achtgrößte Steueroase der Welt. Deutschland zieht Schwarzgeld an, das kann man hier wunderbar verstecken. Es gibt geniale Konstruktionen dafür. Wir haben ein Geldwäsche-Gesetz, das nicht richtig funktioniert. Es fehlt an Personal. In Bayern etwa kommt ein Steuerprüfer auf 828 Betriebe. Und diese Unterbesetzung in Finanzämtern und Prüfbetrieben ist gewollt. Das verkauft Bayern unter der Hand als Standortvorteil. Und das wäre ja, Sie lachen, aber bisher war gar kein Gag dabei. Vergessen Sie ruhig die Panama Papers. Interessanter sind die Bayern-Babiere. Es gibt zum Beispiel eine Steueroase mit Briefkastenfirmen mitten im Bayerischen Wald. Auch, kein Witz, hier ein Beitrag aus dem Bayerischen Rundfunk. Herrliche Umgebung, wunderbare Luft. Eine Top-Adresse für einheimische Beteiligungs-, Immobilien- und Leasingfonds. St. Hubertus Nr. 2, mitten im Ebersberger Forst. Diese Firmen sind ja angemeldet. Von den Finanzämtern werden diese Firmen verwaltet und besteuert. Aber deutlich weniger als anderswo. Denn weil hier im Wald nichts gebaut werden darf, musste der Landkreis auch nichts in die Erschließung investieren. Und konnte so den geringsten noch erlaubten Steuerhebesatz anwenden. D.h., wo Firmen in München 17 % ihres Gewinnes versteuern müssen, sind es hier nur sieben. Ist ja unfassbar, oder? Unfassbar, also es ist total einfach. Es ist überhaupt kein Problem. Also, falls Sie auch Interesse haben, falls wir Interesse geweckt haben sollten. Es ist wirklich, es ist total easy. Sag mal, kann ich auch in Deutschland eine Briefkastenfirma aufmachen? Und ich muss dafür nicht nach Panama? Das ist gesetzlich völlig in Ordnung? Danke. Bei Briefkastenfragen, Briefkarstenfragen. Interessanterweise hat die Bundesregierung kein Interesse daran, genaue Stellung zu nehmen. Weder zur Situation der Briefkastenfirmen in Deutschland noch in Europa. Da kann der Reporter Thilo Jung noch so hartnäckig nachfragen. Der Pressesprecher des Bundesfinanzministeriums hat einfach keine Lust, dazu was zu sagen. Ich meine, keine Lust, so würde er es nicht formulieren. Ich möchte, dass Sie hier diese einzelnen Sachen benennen. Ja, und ich sage Ihnen, dass ich das nicht tun werde. Warum nicht? Weil ich heute keine Lust habe. Ach so, er würde es doch so formulieren.